Unser Kunde, der Bestsellerautor Daniel Schreibgut, sucht einen Werbeträger für sein neues Buch. Wir brauchen einen Werbeträger, mit dem sich die meisten Leute identifizieren. Schröder, welche gemeinsamen Interessen haben die meisten Leute? Ins Kino gehen? Sport natürlich. Ja, ja, Frau Müller-Sonnenschein. Schröder, für welchen Sport begeistern sich die meisten Leute? Eiskarnofahren. Natürlich Fußball. Wir brauchen einen Fußballverein. Sehr gut, Schröder. Wir machen die beste Jugendarbeit weit und breit. Wir haben 18 Mannschaften, angefangen von der Bambini bis zur ersten. Nicht umsonst haben wir so Leute wie der Uli Stielige und der Oliver Kreitzer rausgebracht. Die waren sogar Nationalspieler und Bundestrainer. Doch wir haben ein Problem. Unser Vereinsheim und Sportgelände müssen dringend saniert werden. Und jetzt will ich euch mal sagen, die Dusche, die Kerre auch mal wieder gemacht. Die Kabine gehöre abgemacht. Und der Rasse, ermahne nicht bezahlt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sponsor. Der Verein muss groß und erfolgreich sein. Die Spieler müssen marktlos und sauber sein. Die Spieler müssen gut aussehen. Ist klar, Frau Hinzekunst. Die Spieler müssen engagiert, vertrauensvoll und hilfsbereit sein. Der Verein muss zum Buch unseres Kunden passen. Wie heißt denn das Buch eigentlich? 06. Klar, da gibt es nur einen Verein, der passt. Die Sportvereinigung 06 Catch. Sehr gut, Schröder. Ich musste ja schon immer, dass ich es drauf habe. Ich muss ja schon immer, dass ich es drauf habe.